We are making a book about Kuhle. Kuhle heißt Kunst und Leben. Art and Life. Es ist ein Haus, das in Berlin-Mitte in der Augestraße 10 existiert. It's a house that exists in Berlin-Mitte in der Augestraße 10. Das wir beide und viele andere Leute 1990 besetzt haben. Kuhle is a house that we boss and a lot of other people squatted in 1990. Es geht uns darum, in diesem Buch, die 25-jährige Geschichte des Projektes, zu dokumentieren, zu reflektieren und in einem größeren Zusammenhang darzustellen. With the book, we want to document the 25-year history of Kuhle, research about it and also show it in a bigger context. You see here a picture of Family Niger, who was like ruling the Jewish bakery in the house in the 30s. Hier sieht man Beispiele für Installationen an der Fassadengalerie. Kuhle is famous for the special Fassade projects and also for a lot of activities we did on the streets over the last 25 years. Bei diesem Buchprojekt arbeiten über 50 Autorinnen und Autoren mit. We ask more than 50 people to contribute texts of different kinds. Some of them are more anecdotes, some are stories, some are kind of historical research texts. Wir haben verschiedene Interviews, wir haben Autorentexte. Globale, lokale, internationale Nachbarschaften. Und das fünfte ist Relations in Time, die Beziehung durch die Zeit über die 25 Jahre. Es wird ein unglaublich tolles Buch. Es wird ein Archiv sein, nicht nur über dieses Haus, sondern auch über die Netzwerke, über andere Projekte, mit denen wir in Verbindung stehen hier in der Stadt. Für dieses Buch haben wir viel Informationen, Materials, nicht nur über Kuhle, aber auch über die Netzwerke, über andere Projekte, die für eine spezifische, alternative Stadtentwicklung in Berlin und auch über die Grenzen zu machen. To make a book is really beautiful, aber auch sehr teuer, aber auch sehr teuer. Wir brauchen jetzt eure Hilfe und Unterstützung. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung. Hey, hallo, willkommen! If you give us a big donation, we offer you a weekend in Kuhle. Hi. Schön. Ich bin� Bis zum nächsten Mal.